Jungs versus Mädchen Thema mit seinem Crush reden bei den Mädchen Ich bin jedes mal total nervös wenn ich ihn seh, was soll ich denn machen? Hey, ist doch nicht dabei, sprech ihn doch einfach mal an oder so Und in dem Moment hab ich dann einfach meine eigenen Hartsaufgang gegessen Ähm, hi! Hihihihi Hey, hast du sie mit Ketchup oder mit Senf gegessen? Und wie ist es gelaufen? Ich glaub er hasst mich jetzt Bei den Jungs Ich bin immer total nervös wenn ich vor ihr steh, ich weiß nicht was ich sagen soll Frag sie doch einfach was die gerne macht Weißt du was? Ich werd's mal probieren Jo, viel Glück Ja, dann hab ich das Kind einfach selbst verfolgt und dann hat's geheult Okay, Faxi, einfach was sie gerne macht und wie es ihr geht Und wie ist es gelaufen? Also ich muss sagen, echt super Dir hat das Video gefallen? Dann lass ein Like da, abonnier diesen Kanal Oder folge ihn, je nachdem auf welcher Plattform du bist Für mehr Minecraft Shorts Und wie ist das? Und wie ist das?